willkommen zurück wir sind jetzt wir haben alle klunker wir sind jetzt hier beim klunkermeister und jetzt machen wir klunker klunkermission hey plappermoll wieder da was hast du diesmal für mich ich brech zusammen dafür hast du dir den letzten dieser briefe redlich verdient lass mich wissen was du findest so jetzt muss ich aufpassen dass ich ihn nicht anspreche sonst habe ich plötzlich mission 11 das ist auch ganz böse der ist die nebeneinander stehen lol lass mich raten ich kann das nicht starten weil der typ das blockiert wohl keine andere wahl ach so ich kann es doch machen gut französische innovation kriegsgespenst da haben wir ja das schloss des verrückten das wäre die klunkermission die werden wir machen edinburgh castle nach captain kids schatzkarte durchsuchen jamaika i shot the sheriff but i didn't shot the deputy das ist jetzt gruselig toller sound joseph palmer setzte sich in jamaika zur ruhe in der nähe dieser burg fortner sagte die schriftrolle landete vermutlich in lord louis hutchinson's privatmuseum dieser ort hat viel böses gesehen woher willst du das wissen warst du schon mal hier auch so eine alte uhr hat auch mein großvater die hatte dann einfach mal eine große lange zeit nicht mehr gegongt und mein großvater ist 90 und dann war da mal ein uhrmacher bei ihm der hat die uhr dann wieder eingestellt und jetzt rongt sie wieder alle viertel minuten das ist toll finde ich schön was ich nicht schön finde ist das lightning hier es ist einfach zu dunkel ich weiß nicht was für ein monitor ihr habt aber wenn ihr ein monitor mit einem va-panel habt ich glaube dann ist es in jedem monitor ungefähr so hell wie bei meinen dunkel ich habe hier ein monitor von msi die helligkeit ist auf maximum bei dem ding und ich glaube der gamma-wert vom spiel ist jetzt auf normal aber es ist auch im normal viel zu dunkel es ist nicht optimal aber früher muss man sagen gab es va nicht da gab es nur tn und ips panels und jetzt ips sind halt da habe ich jetzt ursprünglich als gaming monitor gehabt sind halt ziemlich hell haben dafür aber eine relativ ja was ja haben dafür aber nicht so eine hohe bildschirm wiederholrate ne also ich habe ja auch 144 hertz hier laufen so da gibt es auch so mittel und wege tn wiederum ist allerdings schlecht auch hat auch eigentlich eine schlechte helligkeit das ist halt alles so gehen und nehmen ne scheiß auf die schätze wir haben das spiel durch sowieso nirgends woanders hin da ist sowieso nirgends irgendwo hin achten sind privatmuseum jetzt schriftrolle muss hier irgendwo sein Wir können ja trotzdem gucken Nach den Schätzen Ob wir die vielleicht finden Aber angesichts der Helligkeitsstufe Die das Spiel hier gerade mitbringt Und ich nicht sehe wo ich hinrenne Das ist mir eigentlich echt geil Das ist eine Spur Ich spüre eine Erschüttung der Macht Ein Blutfleck gefunden Da hat sich wohl jemand geschnitten Als wenn er es spürt mit der Hand Ich habe gerade Kitzschrotflinte gelesen Der Schuss muss vom Balkon gekommen sein Hm Ähm Ne Das Zeitlimit des Spiels Ist unrealistisch Ich kann nämlich den Weg nicht so schnell sehen Bis ich überhaupt weiß wo ich hin muss Äh Um mich irgendwie da hoch zu hangeln Vergeht halt ein bisschen Zeit Und bei der Helligkeitsstufe Ist das nicht zu sehen Bei allem Respekt Aber das könnt ihr alle selbst machen Versuche jetzt gerade zu gucken Wo ich hin kann Oh Gott der Bär ne Der sieht ja schon übel aus Nett Und ehe ich auch die Hinweise von dem Chat kriege Äh Es Da vergeht halt auch nochmal die Zeit Ungefähr 15 Sekunden BZW Noch ein bisschen mehr Erwegen schreiben und so Ja So ist jetzt also aus Ich finde das cool Wenn er so quietscht Oh Halt dich bloß jetzt Sonst Lass ich dich Kiel holen Dass du nicht mehr nach Kiel kannst Du Kieler Warum soll ich denn hier hin Das hat mir doch gar keinen Sinn Krass Der Mörder hat sein Opfer verfolgt Doch wo lang Hmm Hmm Der Mechanismus der Maske ist kaputt. Tio. Ich weiß gar nicht warum es hier überhaupt ein Zeitlimit geben soll, weil Connor eilt doch nichts. Er hat doch alle Zeit der Welt. Deswegen ist die, boah das ist sogar eine Orgel. Krass. Funktioniert die noch? In anderen Spielen könnte man da jetzt drauf spielen. Ich bin da gerade aber zwischendier fast. Ach da oben. Ich verstehe nicht wie hier jemand leben konnte. Dein Wunder, dass Hutchinson verrückt wurde. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Hm. Kleiner Bruch, diagnostiziert. Ja, hier war ich doch schon. Blutige Handabdrücke in Uhr gefunden. Artikel brauchen wir nicht mehr. Blutige Handabdrücke in Uhr gefunden. Weitere Blutflecken. Naja. Danke Kamera, dass du da einmal drehen musstest. Oh, ich zerflex das Spiel. So, hier soll ich ja gar nicht hin. Hallo, Kamera. Hallo. Hallo. Ah, hier ist die Flinte. Oh, hier ist die Flinte. Okay, das ist schon irgendwie interessant. Vielleicht können wir die anderen Uhren etwas verraten. Herzhaft. Ah, okay. Er muss die Antwort irgendwo notiert haben. Ja, ist doch gut. Hab ich doch schon. Oh, was ist denn das denn für ein? Das sieht ja mal nett aus hier. Die liegen ein bisschen länger. Boah, er hat seine eigene Volldeckkammer hier aufgebaut. Krass. Bei einem Baum vom Feuer geküsst. Das Schloss des verrückten Doku. Cool. Cool.